Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir nehmen euch nachher mit zum ersten richtigen Härtetest hier im Trainingslager gegen Brighton, englischen Erstligisten. Das Wetter spielt auch mit. Englisches Wetter gegen englische Fußballmannschaft. Wir freuen uns drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.